Angesichts der globalen Krisen wird der Ruf nach einem Bewusstseinswandel immer lauter. In Religionen und Wissenschaften ist ein radikales Umdenken notwendig. Doch was bedeutet das? Und inwieweit betrifft das uns persönlich? Darüber sprechen wir heute mit Philosoph und Sachbuchautor Armin Riesi bei Welt im Wandel TV. Hallo Armin, schön, dass du gekommen bist. Ja, danke. Aus der Schweiz, aus der Schweiz. Wieder mal, ja. Ja, also das Erste, was mir einfällt, du bist ja Philosoph und ich dachte mir einfach, also ich bin eigentlich noch nie einem Philosoph begegnet. Was macht denn ein Philosoph? Also für den Beruf bin ich eigentlich offiziell, also in der Steuererklärung steht Schriftsteller. Also ich bin jetzt also ein Philosoph, der als Schriftsteller arbeitet, vor allem. Und ja, was macht ein Philosoph? Was ist sein Beitrag? Ein Philosoph ist eigentlich ein Experte für Weltbilder. Genauso wie ein Arzt ein Experte für Krankheitsbilder ist. Er sieht die Symptome und kann über die Symptome sogleich auf die tieferen Ursachen schliessen. Ein guter Arzt kann das. Und ein Philosoph betrachtet die Welt, betrachtet Aussagen, betrachtet Denkformen und schaut, was ist das dahinterliegende Weltbild. Denn jeder Mensch hat ein Weltbild. Jeder Mensch glaubt an etwas. Der Glaube ist die Grundlage. Ich glaube, man glaubt an grundlegende Annahmen. Und die meisten Menschen glauben das so sehr, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie glauben. Und da ist der Philosoph, der sagt, jeder glaubt was. Jeder Mensch glaubt was. Also auch der Wissenschaftler glaubt an Annahmen. Und der Glaube ist Ausdruck eines Bewusstseins. Also da haben wir diese Unterschiede. Also der Philosoph, der ganzheitliche oder spirituelle Philosoph, setzt beim Bewusstsein an. Denn Bewusstsein ist die Ursache von dem, was wir glauben, denken und handeln. Und was glaubst du, was derzeit aktuell in der Welt, also als Philosoph, wie beurteilst du den Stand der Welt? Was ist da das Hauptproblem, mit dem wir uns gerade befassen müssen? Oder was gerade passiert? Das ist natürlich unterschiedlich, aus welchem Gesichtspunkt wir das betrachten. Um vielleicht nicht gleich auf die Probleme der Welt einzusteigen, wie geht der Philosoph daran heran? Man könnte es politisch analysieren, gesellschaftskritisch und so weiter. Das kann der Philosoph alles auch. Aber wir nehmen ein bisschen mehr Anlauf. Wir gehen, weiterzugeben, in die Weltbilder. Und ein grosses Problem ist heute, dass, aus dem philosophischen Gesichtspunkt betrachtet, eine Gesprächskultur verloren gegangen ist. Und auch die Denkkultur. Denn jeder Mensch erhebt einen Wahrheitsanspruch. Und das ist nicht schlimm. Das wäre ja komisch, wenn wir etwas sagen und gar nicht davon überzeugt ist, dass es wahr ist. Ich sage etwas, ich vertrete etwas, aber wahrscheinlich ist es falsch. Also dann hat man irgendwie ein Persönlichkeitsproblem. Damit also jeder vertritt einen Wahrheitsanspruch. Und selbst wenn jemand sagt, das, was der Rissi sagt, ist völliger Blödsinn, darf man ja sagen, dann ist das aber seine Wahrheit. Jeder vertritt eine Wahrheit. Das Problem kommt, wenn man vom Wahrheitsanspruch in den Machtanspruch geht. Im Grunde geht es um Rechthabenwollen. Ja, dann kommt es. Und dann Macht ist nicht nur Rechthaben, ist sogar noch ein Schritt weiter. Der Machtanspruch bedeutet, ich will, dass du die Welt auch so siehst wie ich. Dann, sobald man vom Wahrheitsanspruch in den Machtanspruch geht, mutiert Philosophie und übrigens auch Theologie in Ideologie. Naja, aber wenn, ich sage mal, wenn man etwas als wahr empfindet und möchte man natürlich auch in seiner Gruppe, in der man unterwegs ist, also in der Familie oder in seinem Bekanntenkreis, auch anerkannt sein oder geliebt sein, man sucht ja seinesgleichen, ich sage mal, sonst wäre man ja auch allein und ausgestoßen, oder? Es ist ja auch wichtig, dass man versucht und nicht versucht, aber wie soll ich das ausdrücken, dass man eigentlich gleichdenkend sein möchte oder bestätigt werden möchte in seinem Denken. Ja klar, man liebt Gleichgesinnte zu finden und man darf auch begeistert sein, man darf seine Ideen weitergeben, je nachdem, wie idealistisch und enthusiastisch man ist, kann man auch versuchen, andere zu überzeugen. Das ist ja alles legitim. Das ist noch kein Machtanspruch. Man kann nur sagen, ich bin begeistert von meinen Wahrheiten und ich würde es gerne mit dir teilen, aber das ist noch kein Machtanspruch. Der Machtanspruch ist dort, wo das Manipulative und das Intrusive kommt, wo ich nicht mehr respektiere, dass der andere vielleicht meine Wahrheit nicht hält und meine Begeisterung komisch findet. Aber dann geht es ja darum, wie reagiert der andere darauf? Will ich ihn überzeugen? Ja. Mit Druck oder mit, ja, in irgendeiner Form überzeugen oder lasse ich es stehen und sage, okay, ich akzeptiere, dass du das so siehst? Ja, ja, eben. Das ist, da gibt es einen berühmten Aus, einen berühmten Spruch von einer der frühen linken Philosophen, Voltaire, der sagt, Monsieur, mein Herr, ich bin überhaupt nicht Ihrer Meinung, aber ich würde alles dafür hergeben, dass Sie Ihre Meinung sagen dürfen. Obwohl, das ist Respekt. Man kann ganz klar in allem Respekt sagen, so sehe ich das nicht, Herr AfD oder Herr Kommunist, so sehe ich das nicht. Aber wir respektieren die Meinung. Das ist sehr wichtig. Und was ich da sage, mit Wahrheitsanspruch und Machtanspruch, das ist nicht einfach nur so ein schönes Wortspiel, das ist das grosse Problem. Weil jeder, der nicht bei sich selber ist, will Macht über andere ausüben. Und wer bei sich selber ist, der braucht nicht, der braucht letztlich die Zustimmung nicht und der braucht auch nicht Zustimmung und Energie von anderen. Aber wir sehen, die Religionen haben das immer mit Machtanspruch verbunden. Und wenn man sogar die Theologie anschaut, sieht man, dass der Dogmen entwickelt wurden, um den eigenen Machtanspruch zu rechtfertigen. Denn sobald man Macht ausüben will, muss man sie rechtfertigen. Das berühmte Beispiel von Jesus in der Wüste, wo er fastet und da kommt die Versuchung und sagt unter anderem, wenn du mich verehrst, die Frage ist dann, was bedeutet das? Aber wenn du mich verehrst, gebe ich dir Herrschaft über die Welt, gebe ich dir Macht. Und was sagte er, der Jesus? Er sagte nicht, wow, super, endlich mal einer, der mich versteht. Und so. Oder er sagt nicht, okay, das klingt ja interessant, was genau müsste ich tun? Einfach nur, damit ich unterscheiden kann. Dann hat er schon einen kleinen Finger gegeben, dann verliert man übrigens. Er sagt einfach, ziemlich unmodern, er sagte, weiche von mir, Satan. Also ein ganz klares, er ist null, weil er keinen Machtanspruch hatte, ist er nicht aufs Machtangebot eingestiegen. Also nicht mal im geringsten. Also er hat einfach gar keinen Deal gemacht letztendlich. Aber in dieser Welt sieht es ja nun mal so aus, also dass wir immer noch zu tun haben. Es fängt ja schon im Kleinen an, dass wir viel zu sehr damit beschäftigt sind, andere zu überzeugen von irgendwas, von unseren Ideen oder von unseren neuen Errungenschaften. Was meinst du damit? Du hast ja jetzt auch ein wunderbares Buch geschrieben, der radikale Mittelweg. Und du sagst, radikales Umdenken ist jetzt notwendig. Was meinst du damit genau? Ja, radikal ist nicht extrem. Also radikal ist ein bisschen anrichtig, linksradikal, rechtsradikal, aber das ist eigentlich nicht genau richtig. Das, was uns bei links und rechts, wenn es zu weit in die Extreme geht, eben anrichtig wird, das ist das Extreme. Also radikal klingt für einen Philosophen für mich so komisch, wenn du das Wort radikal benutzt, weil das so ist. Ist es auch, ja, konsequent, aber wörtlich bedeutet es bis zur Wurzel. Radix, im lateinischen Wort, das Wort radix, bis zur Wurzel. Das Gegenteil von radikal ist oberflächlich. Bleiben wir an der Oberfläche einer der Betrachtung eines Problems und einer Krise oder gehen wir bis zur Wurzel? Und um es wirklich, um ein Problem wirklich zu verstehen, müssen wir bis zur Wurzel gehen. Und die Wurzel ist letztlich immer das Bewusstsein, die Weltbilder. Deswegen also, wenn radikal bedeutet, wir gehen bis zur Wurzel der Problematik. Naja, im Grunde tun das ja die wenigsten. Also es fängt ja auch im Persönlichen an. Also ich muss das immer so ein bisschen runterbrechen auf das Persönliche, weil das betrifft ja mich als Mensch letztendlich als erstes. Und alles, was da irgendwie draußen passiert, kommt erst danach. Wenn ich in meinem kleinen Leben nicht klarkomme, dann bin ich auch gar nicht offen, was da draußen passiert. Und, aber wenn ich jetzt gucke, was das Entwurzeln angeht, inwieweit sind wir denn heutzutage gar nicht mehr verwurzelt oder fest im Boden bei uns, bei uns selbst, in der Mitte. Also da fehlt ja was, wenn wir nicht entwurzeln. Also ich sag mal so, du sagst, wir gehen das Problem in der Tiefe an, aber die Tiefe ist für mich auch immer, ich gehe in den Boden rein, ich gehe da, wo ich stehe. Wenn meine Wurzeln schon krank sind, dann kann das da oben gar nicht fruchten. Ja, eben, das heisst, wer bis in den Himmel wachsen will, braucht gute Wurzeln. Das ist das eine Mal. Also das Wirkliche im täglichen Leben, aber es ist manchmal einfach auch gut, einen Schritt aus dem täglichen Leben zurückzunehmen, denn wir alle haben unsere Glaubenssätze, unsere Affirmationen, die oft auch negativ sind. Ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht oder ich bin unbedeutend oder die anderen sind so mächtig, ich bin ohnmächtig. Das sind all diese Glaubensmuster und das sind ja auch wieder Ausdrücke eines bestimmten Weltbildes. Dazu gehört auch ein bestimmtes Gottesbild und ein bestimmtes Menschenbild. Und je wehr wir von einem Urgrund, von unserer geistigen Herkunft, jetzt spreche ich natürlich nicht als materialistischer Philosoph, sondern das vielleicht als Fussnote, es ist vielleicht ein bisschen provokativ, als akademischer Philosoph. Akademisch bedeutet nicht universitär, akademisch wörtlich bedeutet von Platon. Platonschule war die Akademie, weil seine Schule war eine Freiluftschule in den Ausserhalter von Athen, in den Hainern des Akademos. Und deswegen akademisch bedeutet platonisch. Und in dem Sinn ist akademisch auch ein Synonym für esoterisch. Das hören die heutigen Akademiker nicht gern, weil die meisten sind nicht wirklich Akademiker, sondern eher dann Aristoteliker bis zum Materialisten. Aber der Urgrund unseres ganzen abendländischen Denkens ist esoterisch, von Platon, Sokrates, Pythagoras. Dort fängt es bei uns an. Aber aus einer höheren Sicht ist Pythagoras der Schlusspunkt einer viel grösseren Tradition, nämlich Pythagoras war in Ägypten. Also aus ägyptischer Sicht ist Pythagoras der Letzte und aus unserer Sicht ist er der Erste. Also da ist ein Übergang und da geht gegen hinten ein Tor auf. Und das gibt einfach eine ganz andere Sicht auf die Welt. Und es ist manchmal einfach gut, aus dem Alltag auch herauszusteigen und das ganze Kleine auch in einen grösseren Zusammenhang zu stellen, psychologisch, geistig. Und was mich auch fasziniert, halt historisch. Ja, also ich tauche immer so ab, wenn ich dem zuhöre. Man verliert sich da auch so ein bisschen drin, weil man automatisch in so eine ganz andere Welt kommt. Aber ich komme dann immer wieder so zurück in mein Leben oder in das Leben, was wir ja nun doch... Was nützt doch, worüber wir jetzt reden. Was ist denn, wenn du jetzt sagst, ich habe ja so meine Meinung und Umdenken ist jetzt erforderlich, aber was genau soll, wo setzen wir an? Was meinst du mit Umdenken? Wenn heute ein radikales Umdenken erforderlich ist, dann müssen wir natürlich fragen, wie denken wir heute? Und wie denken wir? Ja, eben der berühmte Spruch von Einstein, wir können Probleme nicht lösen auf der Ebene der Denkweise, die die Probleme verursacht hat. Also wenn wir sehen, meine Denkweise, unsere Denkweise verursacht Probleme und wenn wir die Probleme lösen wollen, müssen wir die Denkweise verändern. Und das ist gar nicht so einfach, weil die meisten Menschen sich so mit ihrem Denken identifizieren. Das ist ja ein Schlüsselsatz unserer abendländischen Philosophie. Ich denke, also bin ich. Jeder Yogi sagt, das ist gerade die Falscherung, weil das Denken ist die Projektion. Es geht viel weiter. Der Yogi oder der tiefergehende Philosoph sagt dann, ich denke, also bin ich, also wer denkt? Und diese Fragen. Also, dass wir da sehr viel tiefer gehen und eben da ansetzen. Immer wieder der Schluss zurück. Aber es gibt immer noch viele Menschen, also ich kann dem einigermaßen folgen, aber es gibt ganz, ganz viele da draußen, die da auch gleich abwinken, die sagen, ach Mensch, das ist ja irgendwie das ganze Esoterische oder Philosophische und das hat alles so nicht wirklich einen Grund und Boden. Damit kann man nichts anfangen. Du gibst ja auch viel von dir, also ich sage mal, einen Handlungsplan. Gibt es denn einen Handlungsplan, wo du sagst, da müssen wir jetzt ansetzen, da müssen wir schauen, da sitzt die Wurzel. Ich kann es auch, ich finde auch keine Worte dafür. Ja, also wir reden ja so, jawohl, du weißt, was ich meine, ne? Ja, wir können so viele Handlungsanweisungen Vegetarier werden und wir sehen die Probleme, dass wir hätten auf der Welt völlig genug Platz für die Menschen, sieben Milliarden ist keine Überbevölkerung, wir haben nicht zu viele Menschen, wir haben nur zu viele Menschen, die falsch handeln und falsch denken. Da sind wir wieder bei dem Philosoph. Was ist die grundlegende Eigenschaft des heutigen Denkens, die Denkweise, die wir überwinden müssen? Und das ist für mich sehr wichtig. Ich bin ja relativ früh aus der Gesellschaft ausgestiegen, weil ich ziemlich früh schon mich in die Thematik vertiefte, kaum lernte ich Lesen und Schreiben. Also mit sechs, sieben begann ich Bücher zu verschlingen, dann bis zehn, zwölf habe ich ganze Regale durchgelesen, auch Bücher, die nicht unbedingt für meine Altersstufe waren, also über den Zweiten Weltkrieg, über die Indianerkrieg und das hat mich als junger Mensch sehr erschüttert. Und da habe ich dann auf eine ganz interessante Weise reagiert. Also nicht unbedingt ohnmächtig, aber das ist so der intuitive Reaktion, wenn etwas passiert, was einen schockiert. Aber wie auch Eltern, wenn man ein Kind hat, ein Kind macht irgendwas Verrücktes, dann, gut, einige schlagen gleich rein, aber wenn man von Liebe getragen ist, sagt man, warum tust du das? Warum hast du das getan? Das ist eigentlich eine sehr schöne Frage. Das Warum? Und da schwingt auch mit, das ist eigentlich gar nicht deine nicht würdig, sowas zu tun. Und das war auch meine tiefgehende Frage. Warum tun die Menschen das? Warum haben die Bleichgesichter über Jahrhunderte hinweg jeden Vertrag gebrochen, die Ureinwohner nicht respektiert? Und das war so mein Zugang, ich habe es von den Indianerbüchern gelesen. Statt dass man jetzt einfach auf die Weißen wütend ist oder so, warum tut ihr das? Und warum, das ist eigentlich auf einer Ebene eine emotionelle Frage und auf der anderen Seite eine philosophische Frage. Aber es fängt doch schon zu Hause an. Wenn man die viele Familien anschaut, wir werden ja groß in so Konditionierungen und auch übertragenen Themen. Was die Eltern, kommt eben auch auf die Generation an, die sind vielleicht Nachkriegskinder, die haben eine schwere Kindheit gehabt. Sie versuchen es vielleicht auch immer besser, aber was da alles noch an, ich sage mal, energetischen Müll mitgetragen wird, wir können uns ja auch manchmal gar nicht so schnell davon befreien. Also ich persönlich merke bei mir, dass ich manchmal Verhaltensweise an den Tag lege, wo ich denke, Mensch, das ist an meiner Mutter. Wieso mache ich das gerade? Oder wieso? Und dann sehe ich Parallelen und mir ist das aber nicht bewusst. Das passiert in der Kindheit schon. Ja, wir sind konditioniert. Wir sind konditioniert sozial, psychologisch, traumatisch. Da gibt es verschiedene Berufe, das ist nicht so mein Bereich, aber das gehört natürlich dazu. Aber wir sind eben auch weltbildmässig und von Denkschema her, von Ideologien her programmiert, tiefer als wir denken. Denn es heisst ja immer, der Mensch glaubt nur, was er sieht. Aber auch noch viel mehr sieht der Mensch nur, was er glaubt. Denn was wir glauben, konditioniert unsere Wahrnehmung. Der Beweis ist, sobald etwas auf uns zukommt, was dem widerspricht, was wir glauben, kommen die Abwehrmechanismen. Denn wir wollen nur das sehen, was wir glauben. Da kommt jemand und sagt dir, du glaubst das und das, aber vielleicht ist es auch weltpolitisch ganz anders. Und dann gibt es Abwehrmechanismen, wie Verschwörungstheoretiker. Rechts, links und so. Spinnt und so weiter. Der spinnt doch. Warum? Weil er die Welt nicht so sieht wie ich. Im Grunde müssen wir unseren Geist heilen, wie du das auch formuliert hast. In die Richtung, ja. Das ist dann wieder die praktische Umsetzung. Das ist auch für mich persönlich dann in die Richtung. Aber wenn wir von Heilern sprechen, geheilt werden muss ja nur etwas, was nicht gesund ist, was nicht heil ist, was nicht ganz ist, was nicht in der Ordnung ist. Und wer sagt, was die Ordnung ist? Weil jene Leute, die dann so sind und sich so verhalten, die empfinden das ja als richtig. Ja. Und an den Früchten kann man es erkennen. Bewusste Menschen. So wie ich die Welt sehe in dieser esoterischen, beziehungsweise ganzheitlichen, spirituellen Sicht, gibt es eine göttliche Ordnung. Wir haben ja, nur schon in der Sprache, das ist nicht in Ordnung. Das ist aber nicht in Ordnung, was du hier machst. Das ist ein, von Spaß, ein axiomatisches Argument. Das heisst, da muss was korrigiert werden. Wenn das nicht in Ordnung ist, das ist nicht in Ordnung für mich, was du hier tust, dann ist das ein legitimes Argument. Also das bedeutet, es gibt eine Ordnung und an den Früchten kann man es erkennen. Es gibt einen Urgrund, eine Ordnung, die die Kriterien gibt und wenn wir uns aus dieser Ordnung, wenn wir uns von dieser Ordnung trennen, die Verwurzelungen dieser Ordnung verlieren, werden wir krank, werden wir leer, werden wir depressiv, werden wir wüten, werden wir aggressiv, Machtanspruch wieder und man wird wüten, wenn du nicht so denkst wie ich, das heisst, ich will einen, dann ist schon der Machtanspruch. Das zeigt, wer so reagiert, zeigt, dass er sich von der Ordnung getrennt hat und das umgekehrte ist wieder, wer in Resonanz mit dieser Ordnung geht, der wird gesund. Unheilbare Krankheiten werden gesund und das ist ja heute so weit verbreitet, meine Welt im Wandel TV, ich habe vor kurzem natürlich in der Vorbereitung auf dieser Sendung auf dieser Begegnung natürlich dein Debüt angeschaut mit Eric Pearl, hat mich tief begeistert und berührt oder vorher mit Robert Fleischer mit Clemens Kubi nur hier in Welt im Walden TV, das ist so beeindruckend, aber da sehen wir sofort, da kommen wir in eine andere Dimension. Das kann man praktisch anschauen, so wie ein Clemens Kubi, der gezwungen war, quasi einfach durch den Schicksalsschlag, Unfall, Querschnitt gelämmt, was mache ich jetzt, glaube ich, was die Ärzte sagen, ich bleibe jetzt ein Leben lang in diesem Rollstuhl oder ich glaube das nicht, ich komme da raus, ich glaube, dass ich da rauskomme. Wer hatte Recht? Natürlich er, weil er wirklich daran geglaubt hat. Das sind die Praktischen und ich frage mich dann natürlich immer wieder, das sind natürlich für mich Paradebeispiele, denn wenn das ganzheitliche Weltbild stimmt, dann muss es Geistheilung geben, dann muss das möglich sein. Und wenn wir in die Welt schauen, dass es niemand gäbe, dann müsste ich fragen, ist das überhaupt möglich? Aber wenn wir rumschauen und eben nicht nur ein materialistisches Weltbild bestätigen wollen und sagen, ja, das ist Placeboeffekt, das ist nur Halluzination, das sind auch nur dumme Schlagwörter, wie funktioniert ein Placeboeffekt? Halluzination. Ja, okay, das Hirn halluziniert, aber wer sieht die Halluzination? Produziert das Hirn Halluzinationen, die es dann selber wahrnimmt? Oder wer beobachtet? Dann sind dann immer die Fragen, die ich sofort, weil wenn es diese Dinge möglich, wenn es diese Dinge gibt, komme ich dann ganz radikal und sage, wenn es die gibt und wenn wir nicht ideologisch an einem Weltbild festhalten, dann müssen wir die heute vorherrschenden Weltbilder radikal hinterfragen, sowohl auf der Seite der materialistisch geprägten Wissenschaft als auch auf der dogmatisch-ideologisch geprägten Religion. Das sind die zwei Seiten der heutigen Spaltung und da kommen wir dann in die Bereiche, die auch global wichtig sind, denn die zwei Seiten prägen die ganze Misere der heutigen Zeit, schon seit Jahrtausenden übrigens. Ja, aber das ist ja jetzt auch so eine, man merkt, eine Bewegung. Immer mehr Menschen werden bewusst und die Gesundheitsthemen kommen auch mehr in den Vordergrund, dass es ist auch akzeptierter in der Gesellschaft, ist jetzt nicht mehr mehr Sparte, so nach dem Motto, ja, die macht so esoterische Sachen oder, ja. Aber dennoch, sobald man etwas Neues macht oder sobald man auf diesem Weg ist und das auch nach außen kundtut, kommen die Widerstände. Und das fängt ja schon im Kleinen an. Ich bin immer wieder im Kleinen, weil wir müssen ja irgendwo anfangen an einem Punkt, aber in eigenen Familien, wenn einer sich auf den Weg macht und plötzlich ausbricht aus diesen bestehenden Strukturen, die vorherrschen in dieser Familie, sei es mit einer neuen Berufswahl, ja, wo Papa und Mama eben sagen, macht doch was anderes, das ist doch nichts. Also wenn ich jetzt, wenn mein Sohn zu mir kommt, sagt, Mama, ich werde Philosoph, gut, da hätte ich noch gestern gesagt, hm, ob das, ob man davon leben kann, ja, heute sage ich, naja, dann guck dir mal das Interview an, der sitzt immer noch da, ist gut genährt, aber letztendlich ist es doch so, der Widerstand fängt ja schon zu Hause an, schon bei ganz kleinen Dingen. Warum? Eben, weil jeder nur das sieht und sehen will, was er glaubt. Jeder will es in seinem eigenen Weltbild bestätigt werden. Aber was passiert denn, wenn man dieses Weltbild bröckelt, ist das ja wie ein Verlust deiner Identität. Da ist ja die Frage, was ist denn meine Identität, worauf ist die gestützt? Ja, das sind die guten Fragen. Echt? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Wir werden aussen von ideologisch vorgegebenen Mustern, religiös-ideologisch, politisch-ideologisch, sozial-ideologisch, da sind immer meistens Ideologien dahinter, weil man will ja, dass der andere so ist, dass er konform ist. Ich meine, ich war sehr radikal, ich bin ja mit 18 aus allem ausgebrochen, aus der Schule, aus der Gesellschaft, wurde Mönch und nicht anerkannt in einer katholischen Umgebung, ich komme aus katholisch, aus der katholischen Innerschweiz, das wäre ja noch irgendwie anerkannt gewesen, nein, indische Mönche und dann auch noch in einer Sekte. Also das ist so richtig, der gesellschaftliche Durchbruch nach unten, da bricht man durch alle Böden, da darf jeder auf einen spucken, Sektemitglied, da darf jeder drauf spucken und jeder findet es gut, wenn man auf den spuckt und schlägt. Und wie bist du damit umgegangen? Du warst ja dann weit weg oder hast du nicht mitbekommen, oder? Das habe ich natürlich wahrgenommen, ich war meistens hier in Europa als Mönch, ab und zu auch in Indien, aber ich war vor allem hier tätig. Ja, man bekommt eine innere Distanz und schaut alles mal aus einer anderen Perspektive an. Und das ist einfach mal gut, das kann nicht jeder, aber deswegen eben braucht er gewisse Philosophen, Hofnarren zum Teil auch, die das Ganze einfach mal von einer anderen Seite beleuchten und sagen, man könnte es auch von der anderen Seite sehen und wenn man dann eben sehr zeitkritisch ist, Philosophie nicht nur als Zeitvertrieb, sondern ich wollte als junger Mensch die Welt verändern. Ich wollte die Welt verändern. Wie verändert man die Welt? Na, das möchte ich auch gern, aber ich glaube, wenn ich meine eigene Familie, wenn da schon Chaos ist und das nicht funktioniert, wie soll ich denn da da draußen was bewegen? Ja, gut, ich bin ein Einzelgänger, singen keine Familie. Naja, also ich sage mal, das ist... Mönch, Privatmönch quasi so. Wir tragen alle mit uns Traumatas rum, wir tragen mit uns Ereignisse rum, die wir ja nicht einfach so abschütteln können. Also unser Leben macht ja etwas mit uns und wir erleben mehr oder weniger schlimme Dinge auch, die uns prägen. Wenn wir immer verletzt wurden, was entsteht da für ein Mensch? Also ein Mensch, der von Angst gesteuert ist. Man will nicht mehr verletzt werden, man will sich schützen. Also was schlägst du denn vor? Welche Bereiche müssen wir uns anschauen oder was kannst du den Zuschauern sagen, was für dich der Meinung nach richtig wäre, wie man überhaupt ansetzt, einen Mittelweg zuzulassen? Also man muss ja nicht gleich umschwenken und sagen, ich finde das okay, was du machst, aber guck mal, du kommst ein bisschen auf mich zu, ich auf dich und wir gucken mal. Eben, eine ganz wichtige Konsequenz ist Respekt, nicht nur Toleranz. Toleranz hat immer auch etwas von Arroganz. Ich toleriere dich. Es ist aber nicht echt. Ja, aber echt wäre dann Respekt. Eben, ich respektiere deine Meinung, obwohl sie anders ist als meine. Kann ich nachvollziehen und respektieren, dass du die Welt so siehst, dass man das so stehen lassen kann. Das gäbe schon mal eine ganz andere Gesprächskultur. Privat. Dann Politik ganz zu schweigen, wo jeder gegen den anderen ist und jeder dem anderen die Stimmen abrennen will. Es geht nur noch um Macht, es geht gar nicht ums Volk, es geht gar nicht um das höhere Ganze, sondern nur noch diese Zerstrittenheit, jeder gegen ihren. Ich meine in den herkömmlichen Beziehungen. Ich kenne viele, viele Beziehungen, also überwiegend die Beziehungen, die funktionieren nicht, die meisten zumindest, Mann und Frau schon in der Ehe. Wenige funktionieren wirklich, wo ich jetzt sage, die haben es geschafft, die harmonisieren miteinander. Aber für mich ist das nichts anderes, als wenn ich in den Religionen jetzt gucke. Also wenn es schon bei Mann und Frau anfängt, wie wollen wir das denn im Großen dann beheben? Ja, deswegen eben auch schon vom Horoskop her und alles geht es mir vor allem ums Kollektive. Ich bin auch nicht zum Beispiel jetzt der Mensch, der von eins zu eins therapeutisch mit einzelnen Menschen arbeitet, mache ich lebensberatend auch ein bisschen, aber es geht immer wieder ums Kollektive. So, das war mein Ansatz. Eben, als ich das alles las, zehn, zwölf, vierzehn, fünfzehn, als ich in dem Alter mit diesen ganzen globalen Themen konfrontiert, war es so sehr, dass ich so eine gewisse Zeit ein bisschen ohnmächtig war und einfach Pausentaste gedrückt habe, gesagt, ich verkrafte es nicht mehr. Ich bin jetzt Artist. Mit 13 habe ich gesagt, ich bin jetzt Artist, im Sinn von, lieber kein Gott als so ein Gott. Aber das ist eine wichtige Phase, aber man sollte dort nicht stehen bleiben. Aber das ist eine wichtige Phase und daneben, wie kann ich tun? Und mein Ansatz war dann eben, wir müssen das Denken des Bewusstseins verändern. Und das beginnt bei mir selber. Da habe ich mir dann eine ziemlich intensive Auszeit genommen, 18 Jahre im Kloster, die das gar nicht so eine Auszeit war. Von außen sah das schon, also von außen, von der Gesellschaft sah das so aus, der war weg. Wo ich dann wirklich bei mir begonnen habe. Einfach mal das aktivistische Aussen habe ich mal losgelassen und ganz mal bei mir angefangen. Wo sind die Denkmuster bei mir? Und wie kann ich dieses ganzheitliche Weltbild entwickeln? Was sind die philosophischen Grundlagen, die kulturellen Grundlagen? Und da habe ich beim Indischen natürlich eine sehr schöne Vorgabe gefunden, weil das natürlich eine Kultur des Bewusstseins ist. Darf ich kurz was sagen? Mir fällt kurz was ein. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Es war irgendwo mal ein Yogi in irgendeiner Höhle. Der hat sich da zurückgezogen viele Jahre. Oder einer ist ins Abseits gegangen, um einfach auch so wie du nach innen zu schauen und zu sagen, Mensch, die Welt lasse ich jetzt hinter mir. Und auch Ex-Frau und alles zurückgelassen. Und dann saß er da ein paar Jahre in seiner Höhle. Und irgendwann kommt er wieder raus, völlig erleuchtet und war voll mit sich im Rhein. Er kommt auf so eine Veranstaltung oder tritt zum ersten Mal unter Menschen und da sitzt seine Ex-Frau und sofort, augenblicklich, schießt das Ding. Alles schießt wieder hoch. Alles ist wieder aktiviert. Ja, was ist denn dann mit nach innen gucken? Also wir lernen doch eigentlich am meisten in der Begegnung mit dem Menschen in diesem Leben, in diesem Alltag. Da stellt sich für mich immer die Frage, da ist auch eine Diskrepanz irgendwie. Also wo lernen wir? Lernen wir nicht eigentlich viel besser, wenn wir mit allem gleichermaßen verbunden sind, aber auch Rückzugsmöglichkeit suchen und aber auch in der Konfrontation? Ja, ich propagiere ja nicht das Mönchsein. Bin es auch nicht mehr heute. Ich war 18, aber dann wurde mir der Rahmen auch wieder zu eng. Und dann hat der Lebensweg, der Seelenplan ganz klar gesagt, jetzt kommt eine andere Phase. Natürlich, das Leben ist die Mysterienschule heute. Wir leben heute in einer sehr intensiven Zeit, wo wir jetzt aus der mythologischen Sicht von Raum und Zeit an einem Punkt sind, wo wir in ein neues Zeitalter übergehen. Das sagen die Inder, das sagen die Indianer, wo wir die Sicht auf die grossen Zyklen haben auch. Und deswegen spüren wir heute auch ganz bewusst, es kann so nicht weitergehen. In meinem Leben nicht. Wenn wir ehrlich sind, sagen wir, da muss was passieren, ich werde noch krank. Wenn ich einfach nur so funktioniere, ich habe doch noch was anderes vor in meinem Leben. Das muss nicht beruflich sein, aber einfach dimensionsmässig irgendwie erfüllen. Und das ist gut. Weil so ist es ja auch. Da kommt was Neues auf die Menschheit zu. Inwieweit spielt, du hast vorhin das Wort Glauben, wir glauben alle an etwas, inwieweit spielt es eine Rolle, auch an Gott zu glauben? Das ist sehr individuell. Die Frage ist dann sofort, was verstehen wir unter Gott? Wie definieren wir Gott? Also fehlt uns, ich sage mal, wenn wir, fehlt uns irgendwo der Zugang oder vielen Menschen der Zugang zu etwas Höherem, dass wir dieses grundtiefe Vertrauen in uns selbst verloren haben, dass wir verbunden sind mit allem? Ja, wir werden ja durch unsere Struktur, die wir heute haben, werden wir so zerstückelt und zersplittert und isoliert, jeder für sich. Wir sehen ja die Familien und so, jeder Mensch wird isoliert, das hat Vor- und Nachteile. Aber eben diese Verwurzelung ist, um das Praktische zu kommen, auch das Wichtig ist, dass wir diese Themen besprechen. Ich finde das schön, dass du auch nachdenken musst, das ist super. Dass wir Gleiches hinterfinden, eben dieses Ringen. Und ich war lang Missionar. Hättest du mich vor 25 Jahren gefragt, hätte ich ein volles Erleuchtungspaket übergeben können. Das, das und das, diese Adresse, diese Guru, diese Methode, hätte ich mit guten Argumenten vertreten können. Heute habe ich mich davon zurückgenommen und will eben gerade nicht die Menschen bekehren. Und ich vertraue, wenn wir dieses philosophische Rüstzeug, dieses Unterscheidungsvermögen, wir haben jetzt gar nicht so sehr über die philosophischen Inhalte gesprochen, aber ich vertraue da immer auf den einzelnen Menschen, wenn wir ein gewisses Rüstzeug, gewisse grundlegende Sachen verstanden haben, dann findet jeder Mensch für sich individuell den Weg. Und einige Menschen sind dann schon fast frustriert, dass ich keine Methode anbiete, dass ich keine Organisation vertrete, sondern einfach sage, das sind die wichtigen Erkenntnisse und jetzt musst du das für dich selber anbieten. Also du bietest Bücher an. Die haben wir ja hier liegen. Also das, was du der Welt eigentlich gibst, das machst du in Form von Büchern. Und ich kann ja kurz mal Einheit im Licht der Ganzheit, ich kann ja mal kurz in die Kamera halten. Also wer jetzt Lust bekommen hat, mehr von Armin Riesi zu erfahren, zu lesen, der findet im Internet unter Armin Riesi, also auch alle Bücher. Wie viele sind es inzwischen? Über zehn. Über zehn Bücher. Also Lesestoff ist vorhanden. Ich zeige nochmal, das ist glaube ich gerade das Aktuelle, der radikale Mittelweg, oder? Nicht vom Erscheinungsdatum her, aber jetzt was die Philosophie betrifft, ist das so das Grundlagenwerk, der radikale Mittelweg, Überwindung von Atheismus und Monotheismus. Das sind die zwei Seiten derselben Spaltung. Das sind dann die grossen philosophischen Themen, die ich dann aufgreife eben. Ganzheit, das Gegenteil von Ganzheit ist Einseitigkeit. Wie entsteht Einseitigkeit durch Spaltung? Und so habe ich da, glaube ich, eine sehr interessante, auch philosophische Methode, um das, was wir intuitiv eigentlich schon immer als wahr wahrnehmen, auch intellektuell, logisch und philosophisch, auszuformulieren, zu untermauern und auch zu begründen. Um die auch in der Ganzheit, von Kopf und Herz, auch vom Kopf her, zu begründen, warum das Herz recht hat. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Ich würde jetzt gerne noch, unwahrscheinlich gerne mit dir, weiter plaudern. Ich glaube, wir nehmen das jetzt einfach mit, dass es darum geht, dass wir den Verstand mit dem Herzen verbinden müssen. Und ja, ich danke dir, Armin, dass du da warst. Ja, danke für das Gespräch. Und es hat mich sehr gefreut. Und wir, liebe Zuschauer, sehen uns in Kürze wieder. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.